Alles top bei Rappersville-Lioner. Nicht ganz Puckverlust in der eigenen Zone. Brunner, Omarck und Ebischer. Der Lakers-Keeper mit einem Big Save gegen die geballte Zuger-Offensivkraft. Kurz vor Drittelsende nochmals die Gäste. Mit Setterberg. Brunner, Omarck und der bleibt hängen am Stock von Ebischer. Schauen Sie sich diese Parade an. David Ebischer hext sein Team zu einem 0 zu 0 nach einem Drittel. Schauen Sie sich das von Kaffeekel an. Abkann. Die Sonne und Straten.